Hallihallo meine lieben Midzocker und Midzockerinnen, hier ist wieder euer Nuturka aufs Brot und wir haben hier, ja wie man hier schon ganz gut sehen kann, ein neues Let's Play am Start, beziehungsweise erstmal die Ersteller eines Sim-Demo und wer mir auf Twitter folgt, wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich für mein kommendes Sims 4LP ein paar WG-Bewohner suche, beziehungsweise gesucht habe, die haben sich nämlich auch schon gemeldet und jetzt werde ich einfach für mich und jeden der anderen, ja ich weiß der Esel nennt sich immer zuerst, aber das hat schon seine Richtigkeit so, einen Charakter erstellen und ja dann fangen wir doch einfach mal an, erstelle einen neuen Haushalt. So, was stimmt denn hier schon mal gar nicht? Ich fange nämlich auch hier beim Erstellen mit mir an, denn wenn ich da Kacke baue, ist es wohl am meisten zu verzeihen. Hier kann ich noch ein bisschen üben quasi. So, ok. Fangen wir an mit der Gangart. Stolz, feminin, stramm, schleppend, federnder Gang. Ähm, ähm, äh, federnder Gang? Äh, äh, n-n-n-na, ne, malen wir den Federnd Gang, ich glaube, der trifft meine Gangart so ein bisschen am ehesten, auch wenn es nicht 100%ig passt. Und dann gehen wir mal an die Stimme. Da haben wir klar, warm und brüchig. Ich würde mich irgendwo zwischen warm und brüchig ansiedeln. Hören wir doch mal, dass... Ah, ne, das ist höher. Das geht doch schon ungefähr in die Richtung. Ja, ich denke, das kann man ungefähr lassen. So, und dann... Machen wir erstmal hier einen Namen. Nur Toki aufs Brot ist ein bisschen lang. Ich mache einfach mal Toki. Und der Nachname wird dann einfach Twitter. Toki Twitter. Und warum nicht? Warum nicht? Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Erstmal müssen wir uns eine Hautfarbe aussuchen. So, bleich bin ich dann auch nicht. Das da wird ungefähr mein Hautton sein. Dann schauen wir mal, ob wir ungefähr ein Gesicht hier schon haben, was mir halbwegs ähnelt. Da, 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 da. Ich kapiere das, wer? Ne. Oder? Wenn ich mir den Schnurres wegdenke. Wie geht der aus? Ah, der Kopf ist ein bisschen breit. Okay, das hat, glaube ich, noch so ziemlich die wenigste Arbeit. Die Ohren ein bisschen kleiner machen. Bart ändern. Also eine Platze habe ich auf jeden Fall nicht. Was haben wir hier? Nein, das habe ich auch nicht. Sommersprossen haben wir hier zwei Arten. Schönheitsflecken habe ich ebenfalls keine Haarfarbe. Das ist zu hell. Es geht schon fast ins Rötliche, das da. Ja, das... Oh, jetzt habe ich auch schon direkt was aus Versehen geändert. Ah, jetzt habe ich keine Haare mehr. Okay. Schauen wir mal, was wir da so haben. Ah, hier unten kann man drehen. Genau, ich bin es vom anderen Sims noch gewohnt, dass man die Figur so packen kann und drehen kann. Aber das geht hier jetzt anders. Und zwar mit diesen Pfeilen da unten. Denke mal, dass da geht. Was mich allerdings ein bisschen ärgert, ist, dass der zwei farbige Haare hat. Grau. Und braun. Das gefällt mir nicht so gut. Hm, hm, hm. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um, was wir hier sonst noch so haben. Was ist hier da? Da hat er auch grau. Der hat überall grau an Seiten. Was soll denn der Mist? Vielleicht ist das hier in der Haarfarbe mit drin. Und wenn wir mal ein anderer. Ja, da ist kein grau drin, aber das geht ins Rötliche. Ich suche einfach nur einen relativ hellen Braunton. Der ist natürlich viel zu hell. Der ist etwas zu dunkel, aber hier ist grau drin. Na, da muss ich wohl, oder ich will, den hier nehmen. Ja, Gesichtsbehaarung. Der Schnorrester muss definitiv weg. Ganz, ganz schnell. Hm, hm, hm. Mal schauen, ob wir hier ungefähr... Ja, die Gesichtsbehaarung von mir haben wir ja. Das ist hier wahrscheinlich noch am ehesten. Obwohl, das trifft es eigentlich relativ genau. Hm, sind zwar normalerweise etwas länger, aber bin ich halt mal frisch basiert. Kann man ja mal machen. Hüte trage ich nie, oder? Nö, glaub nicht. Und ein Brillenträger bin ich auch. Ja, das kann man machen. Kann man machen. Die Kette kommt noch weg. Und Ohrringe habe ich auch keine Make-up. Brauchen wir sicherlich keins. Okay, dann schmeißen wir uns mal hier ein bisschen an die Details. Was passiert da? Okay, da sind wir schon am Limit. Den ganzen Kopf ein bisschen schmäler. Mal schmaler. Die Ohren stehen mir ein bisschen weit ab. Wie, 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 wie? Wie sehen die denn aus? Oh, die sind ein bisschen arg klein, ne? Gehen wir mal in den Detail-Bearbeitungs-Modus. Okay. Kann man das so lassen? Sind immer noch sehr klein. Was können wir denn da überhaupt verändern? Wir können eigentlich nur... Na, das ist schon Ende. Und skippen. Okay, dann müssen wir uns wohl oder übel so lassen. Nächsten wird ein bisschen spitze, ja. Okay, so krass vielleicht nicht. Aber ja, doch. Das könnte ungefähr hingehen. Gar nicht so einfach, sich selbst zu kreieren. Unterlippe ein bisschen zu voll. Mhm. Augenbrauen sind ein wenig zu buschig. Ne, das ist nur die Form, die passt. Aber die Buschigkeit möchte ich ändern. Geht gar nicht. Na ja. Sieht aber eigentlich doch schon relativ... Ja, die Nase ist es noch nicht so hundertprozentig. Ja, die Nase ist nicht so schön an mir. Aber egal. Ja. So kann man das lassen. Alles gut. Wie komme ich jetzt hier weg? Ähm, bbbbb. Haushaltspeicher, nein. Einfach auf den Körper klicken. Ah, ja, okay. Einfach auf den Körper klicken. Körper. Die Hautfarbe ist die gleiche, wie ich auch im Gesicht habe. Ja. Tattoos habe ich keine. Ah, hier sind die Regler. Okay. So ungefähr. Passt auch schon. Lass ich mal gerade rumgucken. Ja, ein kleines Trömmelchen ist da. Schulterbreite passt auch ungefähr. Tipptopp kann man machen. Dann geht's weiter. Tops, tops, tops. Das ist jetzt Alltagskleidung. Wie würde ich im Alltag rumlaufen? Hm, 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 hm. Was gibt's denn da? Ja, so T-Shirts hier. Mit Mustern drauf, habe ich ja doch schon relativ häufig an. Das sieht ganz cool aus. Was gibt's da noch? Ja, da ist es gut. Ich würde sagen, das nehme ich. Schauen wir, was es hier noch für Muster gibt. Hm, hm. Hm, 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 oder das? Das nehmen wir. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Das nehme ich. Beinbekleidung. Ja, Shorts habe ich eher selten an. Hm, hm. Auf jeden Fall so enge. Wenn dann eher, obwohl die da sieht auch sehr merkwürdig aus. Pfff. Die sieht total kacke aus. Gibt's die vielleicht noch ohne Camouflage-Muster? Ja, ja, so was würde ich anziehen, ja. Okay, ihm gefällt's auch. Habe ich überhaupt irgendeinen Schmuck? Nö, also alles weg. Ah, jetzt hat er die Socken auch angezogen. Warum sind Socken denn bei Schmuck? Graue Socken, so. Die wähle ich jetzt nur, weil ich gerade im Moment wirklich graue Socken an habe, aber so. Alles easy. Hm, bop, bop, bop. Gibt's die in schwarz? Ja. Ja, so kann man das schon lassen. Okay. Abendkleidung. Abendkleidung, Abendkleidung, Abendkleidung. Abendkleidung. Och, da hören die Brille aus. Ja, passt eigentlich auch. Mach ich zwar nicht immer, aber ab und zu mal Kontaktlinsen. Ja, doch. So was da? Das oder... So ähnliche Sachen habe ich tatsächlich. Wäre ganz schön, wenn der die Vorschau hier auch direkt machen würde. Ja, passend zur Krawatte. Ups, jetzt habe ich die Schuhe ausgezogen. Warum hat er schon wieder keine Socken an? Es gibt keine Socken für die Abendkleidung. Ah ja. Naja, egal. So was da auch in Schwa... Oh, die sehen aber komisch aus. Die sehen aber komisch aus. Kann man auch nicht draufsuchen. Die sehen wahrscheinlich auch komisch. Obwohl, nein, die gehen eigentlich. Sehr gut. Dann wird die Abendkleidung stehen. Dann geht es weiter in die... Alter, Vater. Ja, so würde ich aber niemals vor die Tür gehen. Äh, das ist was. Erstmal diesen Hut aus. Was sind wir denn hier? Beim Sport habe ich aber tatsächlich meine Brille immer an. Oh, nur Sportbrille. Oh ja, vielleicht ist eine schöne dabei. Nö. Gut, dann bleibt sie aus. Ich lasse die Filter hier ganz gerne drin. Einfach mal, um zu sehen, was die Sims-Macher sich da so gedacht haben. Upsa. Äh, sowas hier. Ähm... Ja, oder? Gibt es das da auch mal in einer schönen Farbe? Äh, eher sowas. Natürlich, beim Sport habe ich keine langen Hose an. Das passt auch. Und Schuhe, 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 Schuhe. Hölte nehmen wir. Die hier? Nee. Ah, die Farbkombination finde ich schon ganz cool, die hier drin sind. Was ich allerdings vermisse, ist diese eigene Farbgebung von Sims 3. Ja, vielleicht kommt das hier noch. Äh, ja. Okay, weg damit. Mit, weil ich immer in Boxershorts schlafe. Flutsch. Hm, die sieht doof aus. Wie sieht die aus? Ah, nee. Müssen wir doch die holen. Und, äh, Schuhe natürlich weg. Ich geh nicht mit Schuhen ins Bett. Und die Ausgekleidung. Ja, die darf ruhig schon ein bisschen schicker sein. Die darf ruhig ein wenig schicker sein. Tududu. Das sieht ganz cool aus. Da ist das Muster noch mit drin. Okay. Alles da gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist das jetzt auch die Standards? Nee. Gut. Gut, gut, gut. Ah, weiter geht's. Eine Hose. Hier, die ist doch wunderschön in pink. Schwarz. Ja, die meisten von euch würden jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin ganz schön langweiliger Typ. Aber, was Klamotten angeht, mag das vielleicht auch stimmen. Hm, ja. Ne, das kann man eigentlich schon so lassen. Obwohl, die Schuhe, ich weiß nicht, die Schuhe sagen mir irgendwie nicht so richtig zu. Gibt's hier vielleicht auch mit gerade so viele Farben? Nö, natürlich nicht. Ach, zum Ausgehen sind nicht gut. Na, wie fühlst du dich? So, dann geht's mal weiter mit Merkmalen. Erstmal schauen, einen Überblick bekommen. Was gibt's da? Äh, es gibt aktiv, düster, fröhlich, kreativ, jetzt komm ich nie, romantisch, selbstsicher, Spinner. Jawohl. Oh, Bippitam Kibaya. Hm, Geek, Geek, Geek. Ah, ich weiß nicht, soll ich Geek machen? Ja, und mein Bestreben ist, was gibt's bei Kreativität? Maler, hat er gerade gerülpst? Hab ich gerade gerülpst? Sehr schön. Hm, Autor, kann ich es nie, Maler, nö, möchte ich eigentlich nicht. Was gibt's bei Glück? Reich? Hm, Besitz. Nee. Beliebtheit, was gibt's denn da? Witzbold, Partylöwe, Freund der Welt. Ja, machen wir einfach mal Witzbold, das passt, denke ich mal. Dann bekommen wir noch einen Bonusmerkmal, das habe ich jetzt gar nicht so richtig gezeigt. Wurde auch gar nicht so richtig angezeigt. Aufgeschlossene Sims schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Das klingt doch ganz cool. So. Gerade mal nochmal mein... Das Outfit hätt ich gerne nochmal. Hm, Gesicht muss ich noch ein bisschen pfeilen. Das Kinn muss noch etwas raus. Hm, ja. Wie sieht's jetzt von vorne aus? Immer noch genauso scheiße wie vorher. Oh, Augenfarbe. Augenfarbe. Wo ist denn die überhaupt? Hab ich die übersehen? Da ist die Haarfarbe bei Gesicht. Hallo? Mal wenn nicht doof. Kann man die Augenfarbe etwa nicht einstellen? Gibt's doch gar nicht. Gesicht, Haare, Gesichtsbehaarung, Hüte. Krass. Kann die... Man kann die Augenfarbe nicht einstellen. Na, die Waden kommt schon noch ein bisschen dicker. Kann ich mir den richtigen Po machen? Wuiiii. Schön. Herrlich. Ne. Bistin zu groß. Das... Davon wird erst Benutzung gemacht, wenn die Mädels erstellt werden. Ach, das mit den Augenfarben, das fällt mir jetzt erst auf. Man kann die Augenfarbe echt nicht festlegen. Unter Make-up? Ganz sicher nicht, oder? Nö. Ist das krass. Das ist aber ein ganz schöner Patzer. Oh, was war da? Was ist da? Hautdetails? Ne, das war das. Das ist echt ein ganz schöner Patzer, dass man die Augenfarbe nicht festlegen kann. Augen? Ne, ist nur Augenmake-up. Eyeliner. Brauche ich beides nicht. Hm. Na ja, gut. Scheint wirklich so zu sein. Und jetzt haben wir auch schon die 20 Minuten voll. Das heißt, wir beenden hier jetzt das. Let's create, nenne ich das Ganze einfach mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Dann erfahrt ihr, wer sonst noch in der WG ist. Und hoffentlich am, jetzt lasst mich überlegen, ab 1. kann man es downloaden, ab 3. normalerweise spielen. Also sollte, wenn alles klappt, ab 4. September, das erste Sims Let's Play da sein. Hoffentlich. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde alles dran setzen. In diesem Sinne, macht's gut. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.